Hallo Leute, was geht? Der eine oder andere kennt mich von Instagram, profifit.athletik. Da habe ich immer so meine Auftritte. Und mal ganz kurz zu meiner Person. Ich heiße Micha, ich bin Medical Athletic Coach und arbeite im Profisportbereich mit diversen Weltmeistern, Olympiasiegern und so weiter und so fort zusammen. Im Bereich der Therapie, der Chiropraktik, Athletiktraining, Massagen und Mentaltraining, das was halt eben so ein Profi braucht. Bin jetzt zur Zeit hier auf Mallorca, bin hier bei Peter Klein, auch bekannt aus Instagram. Und der Peter hat sich relativ schwer verletzt, konnte vier Monate überhaupt nichts machen, nicht trainieren, konnte kaum was anheben. Einmal linke Seite ganz schwer mit den Inliner gestürzt, rechte Seite beim Arbeiten hingefallen, auf die Schulter drauf. Und dann waren beide Schultern halt eben gelähmt und wenn er sich bewegt hat, sah dann aus wie jemand bei der Augsburger Puppenkiste. Da ging gar nichts mehr, da musste ihm Fäden an die Arme binden, da ging das etwas. Und ja, dann bin Peter Klein in Kontakt getreten, er kennt mich von vor ein paar Jahren. Von vor ein paar Jahren habe ich ihn auch schon mal behandelt, habe die entsprechenden Druckpunkte gesucht. Der rechte Schulter habe ich dann sofort festgestellt, dass eine Sehne neben dem eigentlichen Knochenpunktkanal lag. Heißt, die Sehne war überspannt, die Sehne habe ich dann eingeringt, wieder reingeschoben, habe die Schulter wieder in die richtige Position gezogen. Es hat auch furchtbar gekrackt. Und plötzlich, siehe da, zack, konnte der Peter den Arm wieder heben. Nicht ohne Schmerzen. Linke Seite war es ähnlich, da hatte sich am Sehnenansatz Flüssigkeit gebildet. Und das habe ich ihm dann halt eben entsprechend mit meinem relativ intensiv arbeitenden Daumen. Unter großen Schmerzen habe ich ihm das entfernt. Am zweiten Tag war die linke Schulter schon komplett schmerzfrei. Ja, und dann gab es das noch. Ein feines Stöckchen, die tun richtig weh, Teakholz. Und da bin ich dann halt eben entsprechend in die Stellen reingegangen. Nichts für schwache Nerven und nichts für Weicheier. Ja, aber der Peter, der ist tough. Der Mann arbeitet ja auch viel. Und ja, er braucht seine Schultern. Und nun ist es so, rechte Seite haben wir dann auch nach drei Tagen so hinbekommen, dass er wieder fast schmerzfrei schläft. War vorher nicht möglich. Über vier Monate hat er beim normalen Liegen furchtbare Ruheschmerzen in die Schulter bekommen. Haben wir es so geschafft, dass wir gestern, anstatt mit 2,5 Kilo handeln, gestern wieder gesteigert haben mit bis zu 10 Kilo pro Seite. Und mit Seitheben gibt es ein paar Videos dazu, die verlinken wir dann hier. Wie ist das Empfinden, wie du bei letzter Woche? Ja, viel ist besser. Also letzte Woche konnte ich den Arm letztendlich in dieser Stellung gar nicht behalten. Ja. Weil es einfach tierisch wehgetan hat. Beziehungsweise es war gar nicht möglich, den Arm von dieser Bewegung über diesen Punkt hinaus zu bewegen. Ja. Weil es einfach nur noch Schmerzen waren. Und jetzt ist der Arm letztendlich wieder komplett bewegbar. Ja. Natürlich nicht schmerzfrei, weil es wäre zu arg. Es tut immer noch ein bisschen weh in der Sehne. Ja. Man merkt es auch noch. Aber natürlich, klar, ich kann es wieder bewegen. Und das ist ja das, was richtig schwierig war zu Beginn, weil ich nur Schmerzen habe. Verbesserungen 90 Prozent, 95 Prozent, 98 Prozent, was würdest du sagen? Also ich würde schon sagen, es bewegt sich zwischen 90 und 100. Das genau zu definieren, das wäre ein bisschen schwierig. Gut. Es ist ja nicht 100 Prozent, aber es ist auf jeden Fall eine richtig, richtig deutliche Verbesserung zu führen. Okay. Tut das nochmal weh oder ist das schmerzfrei jetzt? Nee, das ist absolut schmerzfrei. Wunderbar. Jetzt gehen wir auf die andere Seite. Auf der linken Seite hatte der Peter einen starken Schmerz in der Negativbewegung. Wie ist das, Peter? Das ist okay. Wie sind die beiden Arme mittlerweile nachts beim Schlafen? Weil da war ja vorher auch, das war ja unmöglich für dich, das hat dich ja Nächte gekostet, oder? Also bevor die Behandlung mit dir begonnen hat, konnte ich wirklich nachts teilweise gar nicht richtig schlafen, weil mich meine Schultern einfach nicht quält haben, das muss man einfach so sagen. Und ich konnte die Schultern, egal wie ich den Arm gelegt habe, die waren immer, immer voll Schmerzen. Also links, rechts, egal wie ich mich gedreht habe, konnte ich kaum auf den Rücken schlafen, aber auch mit auf der Seite, das war richtig unangenehm und hat mich wirklich Stunden in der Nacht gekostet und mir den Schlaf geraucht. Und jetzt, seit die Behandlung ist, jetzt bin ich auf der linken Seite komplett schmerzfrei, da ist gar nichts mehr, also die lässt sich komplett in Ruhe. Und rechts habe ich ab und zu noch so ein Ziehen, aber das ist auch im Gegensatz zu früher natürlich erträglich. Ja. So, streck mal bitte den Arm nach vorne. Wie ist jetzt die Negativabwerksbewegung? Platzfrei? Die ist absolut schmerzfrei. So, unser erstes Training, was wir dann gemacht haben, da warst du ja auch ziemlich überrascht, dass das schon ging. Ja. Und da haben wir eigentlich auch so trainiert, dass du dann in der Brust leichten Muskelkarte hattest. Ja, genau. Also ich hatte ja zuvor, bevor er uns getroffen hat, hatte ich ja auch trainiert. Und ich habe Frontheben ausgeführt und ich habe Seitheben ausgeführt, beide Bewegungen, unter Schmerzen wohl bemerkt. Und ich hatte das Gefühl gehabt, mit 2,5-Kilo Gewicht, was eigentlich, also für unsere Verhältnisse ja ein Babygewicht ist, habe dieses Gewicht kaum bewegen können und wenn dann nur unter richtig großen Schmerzen. Klar, wir sind ja Schmerzen gewohnt, auch im Training und du beißt dich da durch, aber es ist natürlich sehr unangenehm und man hält es auch nicht lange durch. Und das erste Training mit uns, wo wir gemeinsam gemacht haben, war dann wirklich so, dass ich die Bewegung wieder habe ausführen können. Klar, natürlich auch mit Schmerzen, aber im Gegensatz zu vorher war das ein muskulärer Schmerz, so kein Zähnenschmerz mehr. Und auch die Gewichte konnte man dann langsam wieder steigern. Also ein einigermaßen erträgliches Gewicht. Na gut, du bist ja auch gewohnt, mit anderen Gewichten rumzubolzen, muss man ja sagen, wie es ist. Guck mal, wenn ich vorher, ich habe vorher Sideheben oder solche Übungen, habe ich mit 15 Kilo gemacht oder auch Frontheben, also pro Handel dann, mit der Kurzhandel. Und wenn du dann auf einmal auf 2,5 Kilo zurückführst und kannst die Bewegung nur noch unter Schmerzen ausführen, da stimmt irgendwas dann nicht. Das merkst du ja dann selbst. Ja, Leute, so sieht das aus. Voll umfänglicher Bewegungsradius, wieder möglich. Die ganze Amplitude ist auszunutzen. Der Peter kann auch die Ellenbogen wieder hochziehen und kann nach hinten richtig tief in die Schulter rein dehnen, kann die Arme nach vorne nehmen, Arme nach unten nehmen. Wanniger kann wieder nach vorne greifen. Das war ihm unmöglich in der Küche, Peter, weiß man, mit den Schüsseln. Ja, genau. Also es war meistens diese Bewegung von unten hoch. So, ab diesem Bereich waren es dann nur noch Schmerzen. Man konnte eigentlich gar nichts bewegen über diesen Punkt hinaus. Man musste immer dann die andere Hand zur Hilfe nehmen, bis man über den Punkt hinaus war. Und dann konnte man wieder klar, konnte man es wieder machen. Aber diese Bewegung, diese eine, ich sage mal, diese 20 Zentimeter, die waren einfach nicht möglich. Also Leute, das war das Resümee von Peter Klein. Und nochmals, wir sind befreundet und ich habe das gerne gemacht. Und ich werde auch nochmal wiederkommen, wenn der Peter mich ruft und mich braucht, bin ich für ihn da. Und alles andere Leute, breit einfach an mir ab, klappt mir das. Okay? Weil ich weiß, was ich kann und weil ich weiß, was ich erreicht habe, oder? Genau, richtig. Und man muss natürlich auch mal dazu anmerken, dass es keine Wochen waren jetzt, die wir gemeinsam miteinander verbracht haben, sondern dass wir von Tagen sprechen. Und wir reden hier explizit von drei Tagen. Also drei Tage, so ein Ergebnis zu erzielen, finde ich schon für mich sehr, sehr außergewöhnlich, dass man so schnelle Erfolge erzielen kann. Und dass innerhalb so kurzer Zeit überhaupt ein Behandlungsergebnis möglich ist. Weil jeder weiß, wenn er zum Arzt geht, wie lange es dauert, a, einen Termin zu bekommen und b, wie lange es dann nochmal dauert, bis so eine Behandlung anschlägt. Da reden wir nicht von Tagen, da reden wir von Wochen oder sogar Monaten. Ja, ja, du warst noch zum Arzt, wurde es gespritzt. Genau, Kortisol-Spritze bekommen, was hat es genutzt? Ja gut, Kortisol ist im Prinzip schon okay, wenn das mit Schmerzmitteln angereichert ist und Betäubungsmittel werden ja damit reingemischt. Das nimmt dir schon den Schmerz, aber natürlich ändert es nichts an der Symptomatik. Ja, du bist zwar vielleicht in dem Moment ein bisschen schmerzfreier, aber die Probleme bleiben ja erhalten. Und da ist es natürlich dann doof, wenn die Wirkung nahe ist, fängst du wieder bei Null an. Und jetzt dann sind wir wieder in einem Kreislauf und ob man das unbedingt machen möchte, ist natürlich fraglich. Okay Leute, abschließendes Wort noch von mir. Egal ob junge Männer oder alte Männer sich verletzen, alles wurscht. Oder Frauen. Oder Frauen, ja. Altere Frauen können sich auch verletzen, können auch Schmerzen haben. Praktisch dann teilweise auch Schmerzen haben. Und ja, also wie gesagt, ich helfe jedem natürlich nicht immer ohne Geld, das ist ja klar. Aber hier ist eine Freundschaft. Und wie gesagt, es ist ein ständiges Gehen und Nehmen zwischen uns beiden. Das bleibt auch so. Und ich bin froh, dass ich Peter helfen könnte. Noch was, ich mache es nicht für Fame und ich mache es nicht für Instagram-Follower, sondern weil ich ihn gerne habe. So arbeite ich. Ihr werdet in der Zukunft auf YouTube jetzt mehr von mir hören. Wir gehen in verschiedene Bereiche rein. Bereich Behandlung, Bereich Training, Bereich Motivation. Schauen wir doch einfach mal, was wir da so auf die Beine gestellt bekommen. Ja Leute, ich freue mich auf euch. See you. Ich freue mich auf euch.